Ethereum hat es endlich geschafft und wir können unsere Staken Rewards endlich claimen. Das heißt, eigentlich sollte mega viel Sellpress in den Markt reinkommen und der Preis sollte nach unten gehen. Allerdings passiert genau das Gegenteil und preislich gesehen stehen wir weiter oben als vor den News. Dementsprechend schauen wir uns heute genau an, was die Nachrichten sagen, was die Institute machen und ich gebe euch einen kleinen Einblick darüber, was ich denke, was die nächsten Monate passieren wird. Mein Name ist Max, ich mache deutschen Cosmos Content. Wenn du nichts mehr verpassen willst, die Umlink unten in die Beschreibung. Checkt meine Links und lasst mir ein Abo da. Ich würde sagen, lasst uns das Video rein starten, direkt nach dem Intro. Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute geht es um Ethereum, mittlerweile die größte Position in meinem Portfolio. Ich habe mich an meine Regel gehalten und habe wirklich mal im Bärenmarkt ordentlich nachgekauft. Und aktuell sieht es gar nicht so schlecht aus bei Ethereum, obwohl wir eigentlich seit Monaten eher einen Downwärts-Trend erwarten könnten, weil das Chapelle Update bzw. das Shanghai Update wurde mittlerweile integriert und seitdem können wir Ethereum Rewards unstaken bzw. einfach mal claimen und viele gingen eben dann davon aus, dass Ethereum preislich gesehen etwas abfallen wird, weil sehr viel Sell-Brasher reinkommt. Allerdings, wenn wir uns den Chart anschauen, ist das Ganze nicht passiert. Und heute wollen wir uns mal zusammen anschauen, was genau bei Ethereum los ist, was das Update heißt und mit was wir die kommenden Wochen, Monate rechnen dürfen. Allererst mal Ethereum, Chapelle Update, Hardpork executed on Mainnet. Das heißt, mittlerweile ist das Ganze live. Oft wurde gesagt, da wird es durchgeführt, da wird es durchgeführt. Am Ende vom Tag wurde es doch etwas später durchgeführt. Was ich aber an sich gut finde, dass Ethereum immer dann erst delivert, wenn sie sicher sind, dass das Ganze funktionieren wird. Da könnten sich manche andere Blockchains vielleicht eine Scheibe von abschneiden. Allerdings ist es jetzt soweit und das Chapelle bzw. das Shanghai Update ist auf der Blockchain. Seitdem können wir hier auf Token Unlocks ein richtig geiles Dashboard schauen, was bei Ethereum passiert. Wir sehen aktuell, wir haben über 485.200 Valigator. Und aktuell werden insgesamt 922.550 Ethereum unstaked, was schon eine ordentliche Menge ist. Und wir sehen hier auch, das sind insgesamt 2 Milliarden Dollar. Allerdings sehen wir auch noch die Total Supply. Das heißt, insgesamt 15% von allen Ethereum sind aktuell gestaked. Und das ist auch schon ein Wort und das ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr als erwartet. Dementsprechend ist die APR, die anfangs so auf mindestens 5% geschätzt wurde, auch etwas darunter. Denn je mehr Leute staken, desto niedriger ist die APR. Und hier unten sehen wir im Chart auch noch, wie viele Ethereum pro Stunde unstaked werden. Ihr müsst dabei verstehen, dass es eine Maximalanzahl gibt an Ethereum, die pro Stunde unstaked werden kann. Das heißt, selbst wenn alle auf einmal unstaken wollen, diese 15% bzw. alle 485.000 Validators, dann würde das eine Ewigkeit dauern, bis es wirklich soweit ist und alle Coins unstaked sind. Allerdings gibt es noch eine Sache, die auch richtig, richtig interessant ist. Denn die meisten Ethereum, die unstaked werden, sind eben nicht Ethereum, die gestaked sind, sondern einfach nur die Rewards. Und das heißt ja auch, dass aktuell eher dann diese Rewards maximal verkauft werden und wahrscheinlich auch eher gestaked werden oder einfach wieder reinvestiert werden von den Validators, um einfach weiterhin da aktiv zu bleiben. Was auch ein cooles Zeichen dafür ist, warum der Preis aktuell eben nicht nach unten geht. Und zusätzlich gibt es dann natürlich die Frage, was passiert, wenn eben diese Drittparty-Staker euch gewährleisten zu unstaken. Sowas wie Binance, Kraken, Lido Finance. Das sind alles Projekte, die praktisch für euch die Coins gestaked haben. Ist eine super praktische Sache, wenn du eben nicht genug Ethereum hast, um selber einen Validator aufzusetzen. Denn es braucht insgesamt 32 Ethereum, damit wir einen Validator aufstellen können. Und jeder, der das nicht hat, kann trotzdem eben über solche genannten Staking-Pools mitpartizipieren und dann trotzdem eben an diesem Programm teilnehmen. Und hier ist nämlich dann das Interessante. Wenn wir jetzt nämlich hier überlegen, dass Kraken sowieso schon aktuell Probleme hat, regulatorisch vor allem mit ihrem Staking-Programm, wird man wahrscheinlich davon ausgehen, dass Kraken über eine Milliarde Dollar Wert von Ethereum unstaken wird. Und das ist natürlich dann eine richtige, richtige Sellpressure. Das ist ein bisschen unabhängig dann davon, dass die ganzen normalen Validators gerade anlocken, beziehungsweise eher auch nur die Rewards-Claim. Aber Kraken wird da wahrscheinlich im größeren Stil rausgehen, wodurch man vielleicht ahnen könnte, dass das in Zukunft, vor allem die nächsten 3-4 Monate, doch nochmal ordentlich Sellpressure bei Ethereum geben wird, wodurch der Preis doch dampen könnte. Und Binance ist da auch relativ schnell. Binance wird nämlich schon ab dem 19. April, also genau morgen, anfangen die Leute unstaken zu lassen, allerdings bei Ethereum etwas weniger. Dort sind es nur 18 Millionen Ethereum staked in der Blockchain. Das ist zwar auch eine Menge, 39 Millionen, das seht ihr, das ist etwas weniger als eine Milliarde. Dementsprechend wird Binance zwar früher Sellpressure reinbringen, aber Kraken wird richtig, richtig Volumen reinbringen und das ist sehr gefährlich. Da bin ich sehr gespannt. Aktuell, wenn wir uns den Chart anschauen, wir sind zwar wieder über der 200er-Tagelinie und die hat einmal auch sehr gut gehalten, allerdings sind wir hier recheckt worden bei einer sehr, sehr krassen Kaufzone und da bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich bin aktuell auch am überlegen, ob ich ein bisschen Ethereum nachlegen soll oder auch warten soll, aber ich denke, dass wir sicherlich nochmal auf jeden Fall unter die 2000 fallen werden, vor allem wenn wir hier vielleicht noch auf einen kleineren Timeframe gehen, dann werden wir hier wahrscheinlich noch Zonen sehen, wo ein paar Ineffizienten drin sind im Markt, vielleicht hier vor allem, das ist nochmal eine Zone, wo wir vielleicht nachkaufen können, wenn wir uns das hier mal großziehen, das ist dann wirklich in dem Bereich von unter 2000 Dollar. Ich denke mal, sowas werden wir wahrscheinlich nochmal antesten, bevor wir rallyen sollten. Da ist natürlich auch die Frage, sind wir jetzt im Bullenmarkt oder nicht? Viele denken, okay, wir sind am Anfang vom Bullenmarkt, das heißt, wir werden langsam ein bisschen motivierter und auch die Korrelation zwischen Nachrichten für den Aktienmarkt und Krypto ist nicht mehr ganz so stark. Das heißt, wenn wir Nachrichten bekommen aktuell, die den Aktienmarkt stark beeinflussen, wohnen die aktuell nicht mehr ganz so stark den Kryptomarkt beeinflussen, was auch eine schöne Sache ist zu sehen. Und hier sehen wir nochmal, dass wir hier vielleicht eine kleine Buy-Zone hätten, also das ist eine Ineffizient und die können nochmal gedeckt werden. Aktuell hätten wir hier eine riesen Ineffizient, aber die wurde natürlich direkt gefüllt und jetzt haben wir hier auf jeden Fall Resistance über diesen Orderblock. Ansonsten schreibt mir unbedingt eure Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr mehr mal so News-Videos sehen wollt, beziehungsweise so Meinungsvideos von mir. Ich bin auf jeden Fall gespannt und bin aktuell wirklich eher bearish eingestellt, weil ich vor allem glaube, dass viele, viele Retailer, nicht nur wie du und ich, die vielleicht maximal 10.000 drin haben in Ethereum, aber die ganzen Retailer, die seit ich mal früh bei Ethereum dabei waren, vielleicht auch im Corona-Crash gekauft haben und dann eben bei dem Staking teilnehmen, die haben bestimmt alle mal so zwischen 30 bis 100 ETH. Und diese ETH werden sie wahrscheinlich unstaken, beziehungsweise werden da auf jeden Fall die Rewards verkaufen, um einfach wieder Geld zu machen. Retailer-Investoren müssen gucken, wo sie bleiben. Ich meine, Institutel verkaufen ja auch immer ihre Anteile, so dass sie mindestens den Einsatz rausholen. Das werden die Retailer natürlich auch machen. Dementsprechend denke ich da, dass wir sehr viel Sellpressure, vor allem durch solche Leute, haben werden. Andererseits haben wir natürlich Institute, die jetzt wissen, Alter, Ethereum, Chapelle, Hardbock war erfolgreich. Wir können jetzt staken für Yield und wir können verkaufen die Rewards, weil das mittlerweile funktioniert. 2020, als das Ganze eingeführt wurde, wussten sie das nicht. Es gab keine Sicherheit, dass das irgendwann in der nahen Zukunft passiert. Jetzt funktioniert es, es wird bewiesen, es wird unstaked, die ganzen Kriterien erfüllt. Vielleicht reicht diese Buying-Pressure von institutionellen Käufern aus, um eben diese Retailer abzufangen. Dann sehen wir eher wahrscheinlich einen Zeitwärts-Trend oder einen Aufwärtstrend. Andererseits, wenn da auch noch mal ein bisschen gewartet wird, weil Institute sind da immer ein bisschen langsamer und gehen auch noch mal sicher, dann kann es natürlich noch mal ein bisschen dauern. Der Preis kann dippen. Institute können natürlich dann günstig einkaufen in Ethereum und so könnten wir vielleicht ein kleines Marktszenario bilden in den nächsten Monaten. Ich denke, dass wir noch mal auf jeden Fall runtergehen. Schreibt mir aber gerne eure Meinung in den Kommentaren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.